Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und wir sind hier in Battlefield 3 am Start auf MachCuts Monolith. Ich habe keine Ahnung, ob man das ausspricht. Ich habe wirklich null Ahnung, ob das so stimmt. Und ich brauche ein paar Minuten, bis ich mich jetzt hier in die ganze Sache mal reinfinden kann, denn ich komme gerade von der Baustelle. Wir kommen von der Baustelle und danach waren wir futtern und ey Leute, ich bin sowas von voll gefressen, das geht ja gar nicht. Ich habe heute gefuttert, ich überlege gerade wie viele Stücke das waren. Also insgesamt war es Schweinebraten, Salat und Bratkartoffel und ich glaube das waren sechs kleine Stücke Schweinebraten. Boah, ich bin so voll gefressen, ey. Ich penne jetzt auch gleich ein hier, muss ich gucken. Aber eins kann man nur sagen, man hört total oft irgendwie, dass Leute sagen, hey wir gehen mal essen. Da verstehen die meisten Leute mittlerweile drunter, wir gehen zum Kentucky-Schreit-Ficken oder zum Burger King oder zum Pizza Hut oder irgendwie sowas. Wobei die ganz coolen Leute, die sagen ja neulichens, Pizza Hut, Pizza Hut. Das ist ja nicht mal der Pizza Hut, das ist ja der Pizza Hut, weil das gleich viel besser klingt, ja. Ja, es gibt ja noch mehr. Es gibt ja auch so Leute, die stehen da voll drauf, die sagen nicht, ich bestelle bei Amazon. Die sagen, ich bestelle bei Amazon. Amazon. Hauptsache das möglichst geil aussprechen alles, das ist wichtig. Amazon bestellen war. Naja, wie dem auch immer. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich ein paar nette Läden bei euch in der Ecke habt, ja hier auf der Treppe campen und runterballern. Das klappt in jedem Shooter, da muss man sich gar nicht so großartig Gedanken drüber machen. Hinsetzen, warten, bashen. Und das ist auch eine Sache in Battlefield 3. Einfach kurz warten. Wenn man einen gekillt hat und wenn man besonders weiß, dass da noch Gegner in der Nähe sind, was man hier so logisch ist. Ich bin da quasi mitten in der Defender Base und die kommen immer. Die kommen immer allein schon, um die wiederzubeleben. Das heißt, oftmals kann man mit einem Kill oder kann man es schaffen, dass aus einem Kill, wenn man sich gut positioniert, wie es hier beispielsweise ist, es kann keiner von hinten oder sonst wo kommen, kann man bestimmt teilweise aus einem Kill vier, fünf Kills machen. Und es bringt natürlich auch was. Ich meine, das sind alles Gegner, die dann letztendlich fehlen beim Verteidigen. Die haben ja auch einen Spawn-Timer. Und das sind auch so Sachen, wo ich immer wieder nur sagen kann, dass in Rush, besonders in Rush, in Conquest natürlich auch, KD und Kills selbstverständlich auch einiges wert sind, auch zählen. Es ist ja oftmals ganz verbreitet, diese Geschichte hier, KD und so in Battlefield hat ja nichts zu sagen und so. Also Leute, hat, kann man drum herum reden, wie man möchte. KD hat auch in Battlefield eine Menge zu sagen, sei es jetzt in Rush, sei es in Conquest, Tode sind schlecht. Wenn man sich überlegt, mein Attacker verliert Tickets. Auch als Defender sind Tode schlecht, das sind einfach weniger Leute gegen mehr Leute für eine kurze Zeit. Und was man halt auch sagen muss, ich meine, man sieht es doch hier, die Defender stehen da rum. Das heißt, man muss ja irgendwas killen. Ja, also wenn, ganz ehrlich, zeigt mir eine Runde, in der irgendeine Seite gewinnt und quasi alle negative KD haben. Ja, das werdet ihr nicht sehen. Oder zumindest nur verdammt selten. Selbstverständlich hat KD auch was zu sagen. Nur um das jetzt nochmal kurz hier einzuwerfen. Weil er vor allem von den ganzen selbsternannten Battlefield Pros, die eigentlich nur wichtig tun und nicht wirklich selbst irgendwelche großartigen Battlefield Pros sind, erzählen ja gerne so Zeugs wie KD ist vollkommen egal und sowas. Leute, lasst euch keinen Scheiß erzählen. Es ist nicht egal. Es ist nicht egal. Und vor allem, dass dann immer mit der Begründung, ey, es geht ja darum, dass es Spaß macht und so. Ich weiß nicht, wem es Spaß macht, taufend ins Gras zu beißen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich den wenigsten. Und oftmals sind es, war es übrigens schon früher, war es schon in Dark Age of Camelot, war das so. Die Leute, die planlos ins RVR gerannt sind und sich den ganzen Tag haben den Arsch versohnen lassen, und haben immer erzählt, ja, ich spiele das doch, um Spaß zu haben. Ja, den ganzen Tag auf den Sack kriegen. Ich weiß ja nicht, ob das so viel Spaß macht. Und vor allem, wenn man hier Public Games spielt, also sprich hier mit random Leuten, die ich nicht kenne, man ist einfach total blöde, wenn man sinnlos reinrennt. Es kostet Tickets, es bringt nichts, es zieht vielleicht noch mehr Deaths vom eigenen Team hinter sich her, weil sie sich versuchen wiederzubeleben und sowas. Und das ist einfach, das ist einfach Blödsinn. Also, man sollte einfach nicht gar so sehr, nicht so viel auf das random Gelaber geben, was es immer so in den Kommentaren gibt, oder was es generell von so selbsternannten Profis und sowas gibt. Also, es ist einfach teilweise viel, viel Sturz dabei. Gut, aber wie dem auch sei, ich wollte jetzt nochmal kurz zum Thema Essen gehen, was sagen. Wenn ihr irgendwie eine nette Geschichte bei euch habt, also ich finde, es lohnt sich wirklich, da öfters mal hinzugehen, haben zu was futtern zu gehen, denn es ist einfach was anderes, ob man in ein gescheites Restaurant geht, in eine gescheite Wirtschaft geht und da irgendwie Mittagstisch oder sowas futtert, der gar nicht mal so teuer sein muss, oder wenn man zum Kentucky-Schreit ficken geht. Also, das schmeckt beides, ja, aber ich finde, das ist einfach ein bisschen was anderes. Und wie gesagt, besonders wenn man am Mittagstisch isst, muss das gar nicht mal so sonderlich teuer sein. Also, das lohnt sich schon. Und wenn man natürlich dann auch sieht, dass der Chef seinen Krempel selber futtert mittags, dann weißt du, das muss was taugen. Das ist genauso, wenn man in die Pizzeria geht und sieht, dass die Familie da abends, oder wenn man relativ spät kommt, abends am Tisch hockt und irgendwie ihren Krempel futtert, dann weißt du, dass das was taugen muss. Also, allein schon davon, die würden das niemals selber futtern, wenn es nichts taugt. Und deswegen denke ich mir immer, das ist ein sehr guter Indikator dafür, ob das Essen was taugt, wenn die Inhaber oder der Chef selber den Krempel futtert. Und dann taucht es ja meistens auch was. Naja. Oh, es ist echt schwierig. Ich bin gerade, das wird heute übertriebener Sack. Sag ich euch ja, es wird ganz, ganz schlimm. Weil ich weiß nicht, ihr kennt das ja bestimmt, wenn man so vollgefressen ist und dann hier sitzt und ich gucke mir jetzt so das Gameplay an und labere da was zu, denke ich mir so, oh, jetzt muss der Penze gleich ein hier. Oh, ist ja ganz, ganz schlimm. Aber egal, wir können ja nicht immer hier total geschliffene, durchdachte Dinger machen und sowas. Was man hier natürlich jetzt auch wieder besonders in dieser Ecke gut sieht, ist, wenn man die Umgebung gescheit nutzt, kann man doch schon einiges rausreißen. Ich erzähle, fällt mir gerade auf, wir erzählen wirklich relativ viel über das Game. Das muss ja auch mal sein und wird auch, denke ich, oftmals ein bisschen zu wenig gemacht in letzter Zeit. Also, ich habe mir das mal so überlegt, wenn man sich das mal so anguckt. Ich habe ja auch ganz viele Videos, wo wirklich Gameplay drunter ist und ich sage gar nichts zum Gameplay. Es ist ja okay, in gewisser Weise, ich will ja auch was loswerden. Aber oftmals gibt es dann auch coole Szenen im Gameplay, wo es eigentlich wichtig wäre, mal was zu sagen. Deswegen, warum soll ich hier rausrennen, wenn der Panzer vor der Tür steht? Das ist eigentlich total bescheuert. Ja, man sieht schon, also besonders in Battlefield 3, und das sollte eigentlich jeder, der das Spiel eine Weile spielt, auch gemerkt haben, wer die Umgebung nicht nutzt, besonders hier in Rush, wo es halt fest definierte Richtungen gibt. Ja, hier wird ein bisschen rumgesprayt, fest definierte Richtungen gibt, ohne Scheiß, das kannst du nur auf den Sack kriegen, wenn du einfach immer sinnlos stehst, ja. Deckung, beziehungsweise da, wo man steht, ist das A und O bei der ganzen Sache. Übrigens, die MP412 ist die geilste Pistole überhaupt. Seit dem vorletzten Patch ist das, glaube ich, so. Also, seit dem Armored Killpatch, das ist, finde ich, meine Lieblingspistole schlechthin. Also, es hat sich ja ein bisschen gewandelt. Am Anfang habe ich immer, da habe ich sehr gerne die G18 gespielt, die war da auch super. Danach halt die R390 und jetzt halt die MP412. Die sieht man, wie sich halt besonders das Waffenbalancing in der Zeit auch verändert hat. Und, Leute, wenn man sich für die Situation nicht das Passende raussucht, dann muss man sich da auch nicht beschweren, irgendwie im Nachhinein. Man kann da nicht immer mit irgendeinem Scheiß für die Situation nicht passendem rumlaufen und sich danach beschweren, dass irgendwie die anderen nur overpowered Waffen benutzen. Ja, wenn ich von einer Shotgun gebasht werde und ich halt einfach mal scheiße stehe, dann hätte ich wahrscheinlich erstens von fast allem anderen auch auf den Sack gekriegt und zweitens hat der andere dann halt einfach für diese Situation die bessere Waffe gehabt. Generell ist das Waffenbalancing wirklich ganz in Ordnung. Kann man eigentlich nicht sagen. Es kann deutlich schlimmer sein. Es könnte echt deutlich schlimmer sein. Und wie gesagt, Bad Company 2 ist da für mich immer noch, also kommt Battlefield 3 immer noch nicht ganz ran, sowohl vom Gameplay-Gefühl her als auch generell von den Waffen und wie es sich anfühlt, wie es sich spielt. Ihr Bam-Tot einmal noch gelegt. So muss das sein. Dann muss ich immer überlegen, das ist eine Sache, wenn man plantet, man rennt nicht sinnlos drauf. Ich bin erstens draufgerannt, weil ich gesehen habe, okay, die Tickets gehen runter, das ist nicht mehr 31, da müssen wir so langsam aber sicher mal ran. Und zweitens, es war frei. Es war frei und man hat immer ganz gute Chancen, selbst wenn auch auf einen geschossen wird und selbst wenn man dann auch stirbt, wie eben, dass der Plant trotzdem noch rausgeht. Und wenn man dann noch sieht, dass 3, 4 Teammates irgendwie der Nähe sind, dann hat man wirklich ganz gute Chancen, dass das Ding hochgeht. Und wenn ich das immer sehe, dass einfach Leute, die machen, ich spiele super Objective, ich bin der geilste Objective-Player und die machen das ganze Game nichts anderes, als zu versuchen, wie verrückt auf das scheiß M-Com zu rennen und immer zu verrecken. Das sind dann Leute, die haben am Ende 2 zu 24, haben vielleicht mal einen M-Com gelegt und denken sich, man bin ich der geile Objective-Player. Und das sind dann auch so Leute, die dann rumtönen, ja, KD ist egal, Objective-FTB. Leute, das ist zwar Objective gespielt, aber das ist richtig schlecht Objective gespielt. Das ist unglaublich schlecht Objective gespielt, wenn man sich überlegt, bei 24, man hat ja fast, man hat ja fast ein Drittel Tickets gekostet für eine Station damit. Das kann ja nicht so ein Zweck der Sache sein. Dann noch lieber mal schön clear in die Umgebung, mal gucken, dass es passt und wenn es frei aussieht, drauf rennen, legen und gut ist. Und ich finde es auch immer sinnlos, dieses Zeugs wie, hey, es geht um den Rundengewinn und so. Natürlich geht es um den Rundengewinn. Das ist in Battlefield 3 wichtiger als in vielen anderen Spielen. Allerdings, wenn ich doch weiß, dass man eh super durchkommt, ja, warum soll ich es dann nicht ein bisschen verlängern, indem ich vielleicht erst mal 20 Tickets lege, ja. Da sind ja oft mal so Runden, die werden teilweise in 9 Minuten vorbei, weil man halt einfach gerade das bessere Team am Start hat und dann einfach sinnlos durchzurushen. Und da beschweren sich ja manche Leute so, hey, warum legst du nicht, warum machst du das nicht, warum macht ihr das? Da gibt es ja Leute, die schreien halt im Ingame-Voice-Chat total rum, flippen dann immer voll aus. Ganz ehrlich, wenn man weiß, dass das eigene Team so viel besser ist, das hat man in den letzten 1-2 Runden gesehen, Leute, warum soll man durchrushen in 7 Minuten? Dann kann man doch mal wirklich auch ein bisschen auf schöne Gameplays gucken, ein paar abgedrehte Sachen probieren, ein paar irgendwie Spezialsachen mit dem Panzer oder so. Und noch viel wichtiger wird das Ganze, wenn man gegen gleich gute, wenn man gegen richtig gute Gegner spielt, weil dann wird Rauffrennen eigentlich komplett unsinnig. Dann muss man nämlich nachdenken, was man macht. Und dann kriegen die Leute, die wirklich einfach nur, die der Meinung sind, sie sind die geilsten Objective-Player, indem sie einfach wild aufs M-Com rennen, die kriegen dann nur noch auf den Sack und beschweren sich, dass sie keiner supportet. Und das kennt ihr ja, gelaber immer, dass sie keiner supportet und dass ja alle nur auf Kills aussehen und deswegen ist KD scheiße. Das ist so die Standard-Aussage dann. Also ohne Scheiß, Leute, besonders wenn man gegen ähnlich gute Gegner spielt, dann ist es besonders wichtig, dass man sinnvoll spielt, dass man keine Tickets verschenkt, dass man eher lieber mal zwei Minuten hinter einer Ecke wartet und wiederbelebt, dass man halt selbst safe bleibt und seine Leute wiederbeleben kann, bis man halt die Ecke gecleared hat und ein Stückchen weiter kann, anstatt sinnlos einfach drauf zu rennen. Und deswegen, was auch eine Sache ist, die vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, ist oftmals das Wiederbeleben. Ich gebe zu, es ist nicht so einfach. Man muss da auch immer dran denken. Also ich meine, ihr müsst euch bei meiner ersten Battlefield 3 Gameplays angucken. Also es ist generell relativ schwierig, den passenden Zeitpunkt zu finden, wann ich lieber warte und schieße, so wie jetzt, wann ich lieber Medipack werfe oder halt so wie jetzt halt wiederbelebe. Man muss bald immer genau abwägen und das kriegt man einfach nur mit Spielpraxis, Spielerfahrung hin. Ich habe am Anfang auch ganz oft einfach vergessen, es lag gar nicht daran, dass ich am Anfang nicht wiederbeleben wollte, sondern ich habe es einfach vergessen, ich habe da einfach nicht dran gedacht. Ich glaube, das kennen auch, das kennen auch viele. Das sind halt so Sachen, die werden halt auch besonders, wenn man gegen gute Gegner spielt, wird das halt auch wichtig, dass man auch mal Leute hat, die vielleicht ein bisschen zurückstehen oder halt hinter der Ecke warten und die Leute wiederbeleben. Und dann kommt immer das Nächste, man soll bloß wiederbeleben, wenn man dann nicht sofort wieder gekillt hat und so. Natürlich ist klar, es ist logisch, aber mir fallen so viele Situationen ein, also mir fallen mehr Situationen ein, wo es sinnvoll ist, nochmal wieder zu beleben, als Situationen, wo es nicht sinnvoll ist, wieder zu beleben. Beispielsweise eine sehr beliebte Stelle, die werdet ihr alle kennen, ist Operation Metro. An der B-Flagge, also Rush ist das die dritte Basis, wo man halt dann hochläuft, die Rolltreppe, und dann ist rechts so ein Gang, wo es zum M-Komminter geht. Und da liegen die Defender ja immer drin und vorne, die Leute rennen auch immer rein und sterben. Und da regen sich ganz viele Leute drüber auf, wenn man da wiederbelebt. Aber ganz ehrlich, für den Arsch, natürlich wiederbeleben. Immer wiederbeleben. Besonders an diesen Stellen, wo es einfach darum geht, dass man, also wie gesagt, das ist meine Meinung zu der ganzen Sache, wo es darum geht, dass man dann zahlenmäßig ausgeglichen bleibt. Denn man ist ja eine gewisse Zeit auch noch immun nach dem Wiederbeleben, wo man dann immer noch ein bisschen vielleicht wieder in Deckung sliden kann. Also es lohnt sich überhaupt nicht zu sagen, hey, ich lasse die da einfach liegen. Weil ich kann ja, man hat ja eine gewisse Range mit dem Defi. Man hat ja eine gewisse Range. Ich muss ja nicht quasi, ich muss ja nicht, um den wiederzubeleben, quasi mich in die gleiche Schussbahn stellen oftmals. Und dann warum nicht wiederbeleben? Das ist doch vollkommen egal. Der schafft es oftmals noch in Deckung zu sliden oder man schafft es gerade durch diese zwei, drei Wiederbelebversuche, die man da macht, die zahlenmäßige Überlegenheit herzustellen, die man braucht, um halt ein Stück durch den Gang zu kommen. Also mir fallen viel mehr Situationen ein, in denen es sinnvoll ist, wiederzubeleben als Situationen, habe ich ja gerade schon gesagt, wo man die Leute besser liegen lassen sollte. Und deswegen dieses ganze Rumgeschrei mit belebt mich nicht wieder, ich verreck eh bloß. Es bringt ja noch nicht mal Death. Das ist ja gerade der Gag dabei. Es schon Tickets. Man kriegt dafür kein Death. Manche Leute haben ja das Gefühl, sie kriegen dann bei fünfmal wiederbelebt fünf Deaths. Der Gegner kriegt glaube ich fünf Kills. War am Anfang nicht so, ist aber glaube ich mittlerweile so. Aber ansonsten scheiß drauf. Es schadet nichts. Also es gibt nur ganz wenige Situationen, wo ich das wiederbeleben lasse. Wo man natürlich drauf gucken muss, man sollte sich selbst, und das ist auch so ein Punkt, nicht gar so unnötig in Gefahr bringen. Man muss das auch immer abwägen. Wenn ich jetzt beispielsweise hier auf Bazaar spiele und irgendwo mitten auf der Straße am Anfang liegen fünf tote Leute. Und man sieht nicht sofort einen Gegner und denkt sich, okay, wenn ich jetzt rausrenne, wäre ich wahrscheinlich gebasht. Allerdings, das ist so eine Sache, wenn man fünf Leute relativ in guter Position wiederbeleben kann, dann kann es sich auch mal lohnen, dass man rausspringt, wiederbelebt, und okay, man kriegt aufs Maul, aber es hätte klappen können. Und wenn es dann klappt, hat man auf einmal fünf Leute in einer super Position wiederbelebt, wo es sich echt lohnt. Das muss man halt wirklich dann immer abwägen. Aber in der Regel kann man sagen, wiederbeleben, was das Zeug hält. Besser einmal Scheiße wiederbelebt, wie zu wenig wiederbelebt. Dann gibt es auch noch eine andere Sache, die mir auch auffällt, wie in letzter Zeit. Es ist vielleicht eine Sache, die nicht so oft angesprochen wird. Ach so, ja, nee. Übertrieben, ja. Eine andere Sache muss ich mir gerade mal aufschreiben, nicht, dass ich das nicht vergesse. Weil da hatte ich letztens mit dem Kabum drüber gesprochen, weil das sehr wenig erwähnt wird eigentlich. Nee, aber das andere, was ich noch sagen will, die ganzen Halo-Spieler unter uns werden das kennen. Ähm, da halten die Gegner ja relativ viel aus. Und da ist es ja oft so, dass man sagt, okay, ich schieße ein paar Schuss auf, oh ja, ich, ich, ich feile mit dem Panzer übertrieben teilweise. Habt ihr ja vorhin gesehen, wie ich mich hier im Kreis drehe und der Panzer anfängt rumzuschlittern und sowas. Aber gut, ich meine, ich bin ewig kein Panzer mehr gefahren. Aber Panzerfahren ist echt meins, da stehe ich voll drauf. Ähm, weil ich sage mal, die Halo-Spieler kennen es ja wahrscheinlich, dass man einfach auf den Gegner draufschießt und auch wenn man ihn nicht killt, führt das dazu und, ähm, führt das dazu, dass, dass, dass die anderen den Gegner halt, oh, das ist jetzt geil, das ist jetzt geil, Leute. Guckt es euch mal an. Oh, übertriebene Owner-Modus an hier. Übertriebene Owner-Modus hier. Bam, bam, bam. Der ist weg. Da hinten kommt der Nächste und zack, der kriegt auch noch aufs Maul. Und ich sehe von rechts einkommen, zack, in your face, auch noch tot hier. Jetzt geht's ab hier. Basher-Modus. Geht gleich weiter hier. Das, das, das sind so Sachen, die könnte man sogar in irgendeine Montage reinnehmen. Ja, und deswegen ist es auch in Battlefield 3, finde ich, oftmals wichtig, dass, dass man einfach mal auch wirklich versucht, auf Gegner zu schießen, obwohl man weiß, dass man die jetzt gar nicht kriegt. Viele Leute sagen, hör, mach doch hier Tap, mach doch hier das und mach doch sowas. Ähm, ganz ehrlich, wenn, wenn das besonders im Rush ganz gut durchsetzt ist mit Supporter und so, da ist Munitionsparen nicht wirklich, wirklich erforderlich. Und es ist oft mal so, ich mache nur 1, 2 Hits auf den Gegner. Das führt aber dazu, dass der andere hinter der Ecke steht, wo der Gegner jetzt langkommt, ihn killen kann. Also, ich sag so, ihn nicht killen, aber ein paar Hits machen, ist immer noch besser, als versuchen, auf den übertriebensten Aim-King zu machen. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Und genauso, ähm, es gibt Situationen, wo ich hier, okay, hier hätte ich vielleicht ein bisschen anders schießen müssen, das fällt mir dann im Nachhinein auch auf. Aber in der Regel kann man in Battlefield 3 ohne Probleme mit den meisten vollautomatischen Waffen, vor allem, wenn man Heavy Barrel dran hat, doch ganz schön draufklatschen. Ja, natürlich auf große Range, werdet ihr es manchmal sehen, ein bisschen Bursten, okay, immer so Dreier-Burste oder so, ist ja okay. Aber bei den meisten Sachen nah bis mittlere Range draufklatschen ohne Ende. Der Recoil ist meistens so einfach zu kontrollieren, die meisten Waffen verziehen kaum und selbst die LMGs, die übertrieben nach oben ziehen, die ziehen nicht wie in Counter-Strike, dass die, dass die irgendwie besonders geile Muster hätten oder so. Ja, in Counter-Strike, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da haben die Waffen ja richtige, richtige Muster, wie die verziehen. Ja, die eine Waffe verzieht zuerst nach links oben, geht dann einen Halbkreis nach rechts und dann bleibt sie da stehen. Ja, so Dinger. Das ist ganz so extrem, gibt es das hier in Battlefield 3 gar nicht. Also ihr seht es mit der M16, ich, ich halte da relativ, feste drauf und es reicht, wenn ich mit dem Analog-Stick ein bisschen nach unten drücke. Das ist vollkommen ausreichend. Dann bleibt man fast immer auf dem gleichen Punkt. Und das sind, das sind halt so Sachen, wo man, wo man die Leute oftmals rumschreien sieht. Dann noch eine Sache, die ich nur ansprechen wollte, weil ich das letzte im Kaboom gerade von hatte. Ähm, muss ich euch mal zu interviewen. Die Hitmarker in Battlefield 3, wie die gemacht sind, finde ich aktuell, ist das Beste, was es gibt. Ich finde, es gibt keine besseren Hitmarker in keinem anderen Online-Spiel gerade. Du kannst, also besonders, wenn ich mir die Hitmarker angucke, die es im Panzer und so gibt, du kannst an diesem Hitmarker genau einschätzen, wie viel Damage du einem Gegner gemacht hast. War es nur ein leichter Treffer, war es ein fetter Treffer? Und daran kannst du auch gut einschätzen, ob man jetzt raus kann oder ob der nächste Schuss noch lohnt und sowas. Also das ist eine richtig geile Sache, wie die das gemacht haben. Ich finde, das hat viel zu wenig Aufmerksamkeit, bekommt das. Und, ah, die Sau, hörte mich hier weg, weggemessert. Und das sind so Sachen, die fallen einem ja kaum auf. Also ich weiß nicht, das Hitmarker-System finde ich in Battlefield 3 extrem geil gelöst. Ähm, ich hab's jetzt nicht vergessen, ich wollte noch irgendwas zum Thema, zum Thema Dauerfeuer und Recoil-Pattern und, ah, ich weiß nicht mehr, was ich erzählen wollte. Ist auch egal. Oh, ich bin müde hier. Trotzdem noch 22 Minuten geschwätzt hier jetzt, obwohl ich hier kurz vorm Einpennen bin. Irgendeine Sache wollte ich noch erzählen, ich guck mal hier durch. Ich weiß jetzt, nee, keine Ahnung mehr, ich hab keine, ich weiß nicht mehr. Ist ja, ist ja auch vollkommen, vollkommen wurscht. Ähm, Runde ist vorbei, gleich zumindest. Ähm, ihr habt gesehen, teilweise relativ knapp. Ich würde ja so gerne Battlefield 3-Montage machen, ich hab ganz viele Clips irgendwie, aber es ist mir einfach zu viel Arbeit. Ich hätte es ja sogar schon einen, der es editiert, der das auch wirklich kann, aber irgendwie, es ist mir gerade zu viel Akt, die einzelnen Clips rauszuschneiden, rauszusuchen, irgendwie, krieg ich es nicht auf die Reihe gerade. Aber vielleicht, um eine Sache nochmal zu sagen, ähm, Aftermath, extrem geiler DLC, also richtig geiler DLC, finde ich bisher fast der beste DLC. Mein Back to Car Camp war auch, also ähnlich gut, ja, Close Quarters und, und, äh, Dings hier, Armored Kill, vergessen wir mal. Und hier denke ich mir, scheiße, den willst du noch killen, du willst 40 Kills, aber nein, das hat nicht geklappt. Und ich habe jetzt irgendwas am Ende, mal gucken, 39, ich weiß ja, dass es 39 war, 39, 11 oder so, ne? Und ein wichtiges M-Com gelegt, es passt. Und falls mir das andere einfällt, was ich erzählen wollte, werde ich das in einem der nächsten Videos erzählen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.